Warum ist es ein Problem, keine Drogen zu nehmen, einfach ohne zu leben? Du brauchst Brot, nicht viel Brot zum Leben, warum muss Geld so wichtig sein? Warum hab ich keins und andere bringen, ist nach Lichtenstein? Warum geh ich auf ne Party, aber lad dich nicht ein? Darf denn so etwas richtig sein? Nein, es hat den Anschein, als wenn sich alle nur anscheinen, die Welt muss krank sein, balle die Faust, schlag die Wand ein. Zukunft der Jugend ist verschlossen durch nen Riegel, wer oder was ist CDU, Bild und Bibel? Warum bin ich nicht geschimpft, wie du, will mehr als ein Haus mit Dach und Kiebel? Mach die Augen auf, denk nach Lach und Liebe, will nicht kiffen, nicht saufen, will nicht sitzen, will aufstehen, in meine Skizzen geh aufnehmen, sorg mir von Witzen für Aufsehen. Warum muss der Junkie auf der Straße sitzen? Mit mir einstichen, im Arm als Nadelkissen, niemand wollte seinen Namen wissen. Warum schreib ich diese Höhre? Ich weiß es selbst nicht, ich tue es. Und warum schreiben tausend Leute, unsere Texte sind gut? Gibt es ein Leben, wenn man tot ist oder schläft man einfach weiter? Es sind Fragen, die das Leben eines Menschen bereichern. Warum ist manche so reich, dass sie in dicken Ferrari fahren? Und warum gibt's so viele andere, die nicht mal ein Fahrrad haben? Warum ist der eine Arzt? Warum raucht der andere Gras? Warum find ich dicke Frauen eigentlich nie scharf? Warum gibt's Pokémons? Warum gibt es Erdgas? Warum teilen viele nicht, obwohl sie etwas mehr haben? Warum denkt jeder, dass er schlau wär für sich? Warum gibt es Chancen, die man Haushoch vergibt? Warum bin ich geboren? Warum haben manche Segelohrn? Warum gibt's viele Fragen, die wie Nadeln in meinem Schädel bohrten? Warum bist du ein Regenwurm? Warum am Kegel Kegel formen? Warum zieht mein bester Freund einfach so nach Regensburg? Warum gibt's Regenwetter? Warum ist dein Leben besser? Warum gibt es Kinderheime? Warum gibt es Pflegeeltern? Warum bin ich nicht wie du? Warum seid ihr Sackgesichter? Warum ist dein Leben chill und meins noch nicht mal angesichert? Warum schreib ich diese Höhö? Ich weiß es selbst nicht, ich tue's. Und warum schreiben tausend Leute, unsere Texte sind gut? Gibt es ein Leben, wenn man tot ist oder schläft man einfach weiter? Es sind Fragen, die das Leben eines Menschen bereichern. So, um diese schöne Hook singen wir nochmal alle zusammen. Let's go! Warum ist mein Penis groß? Äh, warte, das ist der falsche Text. Egal. Stimmt trotzdem. Tschö!